...Fahrungsgrund sei, wie kommen wir dann heim? Entlobt euch so viel, ihr wollt aber nach dem Urlaub. Also, unser Zeug muss sofort aus dem Auto in den Anhänger, damit der Hans fortkommt. Und in den Anhänger setzt du dich hinein, ich zieh und die Mama drückt ihn bis heim. Soll mein Lebensglück an diesem Anhänger hängen? Meinst du, ich hänge den Hans ab, aber nicht den Anhänger? Es ist untragbar. Was soll ich denn da, Sarah? Unsere Ehe... Ich bedanke mich für eine Ehe wie euer, wo zwei Menschen aneinandergeketzt sind, die sich nichts mehr zu Sarah haben. So, Seele, von der Kinder. Dich. Die tut sich was an. So Egoiste tun sich nie was an. Ach, was macht das Kind für Sache? Und was das kostet, wenn wir den Anhänger mit der Bahn... Was das kostet? Es geht nicht um den Anhänger, sondern um den Abhänger. Den Hans knäpp ich mal vor. Ach, und der Willi ist nicht zurück. Willi! Ein Wetterchen muss man genießen. Jetzt wird nichts, Genosse. Jetzt wird geklärt, was mit euch ist. Wieso? Ich denke, ihr seid... Das heißt... Ach so. Pass mal auf, wie ich sowas bereinige. Ich denke, ihr seid ihr seid. Euer Böse. Noch böse? Nein. Na süßt. Au, au, au. Oh, oh, oh. Willi! 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 Wollte Sie nicht baden? Ach, wenn es plötzlich tief wird, geht man ohne. Sie nicht. Sie nehmen doch hoffentlich auf uns keine Rücksicht. Ich nehme keine Rücksicht. Das stimmt. Hätte Sie Lust auf ein Brötchen? Ach, danke. Ach, die habe ich ja lichelassen. Ich habe auch. Der Herr Müller wird sonst zu dick. Ach, wie man sich trifft. Man meint gerade, die Hesselbachs hätten Nachforschungen angestellt, wo wir zur Kur sind. Die haben schön Wut, dass sie auch hier sind und wohnen im besten Hotel. Und wir haben kein Quartier. Waren Sie schon im Wasser? Ich zieh mich erst an, als der an. Ich bin zu elegant für hier. Es ist ja auch zu kalt. Ach, uns nicht. Nicht wahr? Es geht nichts über Schwimme. Das ist ja auch zu kalt. Mein Mann. Doch, ich komme auch. Ich denke, es ist Ihnen zu kalt. Muss ich? Das ist voraussend. Ah!